Wollt ihr noch eine letzte Runde machen? Ja, natürlich. Letzte Runde. Letzte Runde. Letzte Runde. Bonus, Bonus. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Oh, Imposter. Geil. Eindeutig auch. Die Frage ist jetzt, ist, gibt ihr das bei? Oder ist Dalu das bei? Allein von dem, was ich gerade eben gesehen habe, würde ich sofort auf Dalu tippen. Als bei. Ja, das wird kein guter. Perfekt schon Tau rausgefischt. Also, sollen wir das jetzt gesehen haben oder sollen wir es nicht gesehen haben? Hm. Vögelchen, piep einmal. Piep, piep. Was hast du denn gesehen, Jeff? Piep, piep. Okay. Die haben alle lieb. Ich kenn alle eure Rollen. War das Time Master? Ich kenn. Hm, hm, hm. Echt, kennst du echt? Dalu, erzähl mal bitte. Ich hab keine Ahnung. Ich bin nur... Oh, schade. Ich meine, ich dachte, das Piep war sehr offensichtlich, was ich gesehen habe. Shit, war das wirklich ein Call? Wer war's denn? Ah, Franzi lacht. Franzi lacht. Ich hab gar nicht gelacht. Okay, gut. Ja, gib ich genau das. Bart, bist du wieder Swapper? Nein, nein. Also, es gibt einen Killer. Okay. Mindestens einen. Das glaub ich auch. Franzis und Jeff. Aber welche Franzi? Hm. Ja, das kann ich nicht sagen. Es ist also wirklich Franzi? Nein. Eine von den Franzis oder Jeff. Oh mein Gott, ja. Hm. Also, wer hat wen getötet? Äh, eine von den beiden Franzis oder Jeff haben Mourido gekillt. Äh, Schantao. Weiß es nicht. Können wir auch drüber reden, dass Schantao nicht mehr existiert? Existiert nicht mehr. Hey, es ist komplett gelöscht, ist gegessen worden. Schade. Sehr schade, ja. Nom, 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 nom. Also, Jeff, jetzt mal kurz Quatsch beiseite. Hast du jetzt gesehen, wer gekillt hat? Ja, ich hab gesehen, wer gekillt hat und hab gewartet, bis kaum Flasch vorbei ist. Ja, und? Wer war's? Franzi. Franzi, eins oder drei? Und wieder eine Franzi. Franzi, level 37 oder 36? Ich weiß nicht, wer Franzi drei ist. Franzi drei. Nein, ich bin's nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass es okay, Lumenti war. Also, Franzi hat Imposterpass heute. Ich hab, ich hab nichts gemacht, gar nichts. Ihr habt gar nichts gemacht, mir rein in den Bier getrunken. Wirklich, diesmal nicht, wirklich. Diesmal nicht, wirklich nicht. Okay, glaub ich. Ich find's schön, dass ich noch lebe. Das ist ein Sieg für mich. Franzi, dafür für mein Skip würde ich gerne eine Runde länger überleben. Vielen Dank. Ja, okay. Ich hab auch gespielt für uns. Ich hab auch gespielt für uns. Ich hab auch gespielt für uns. Franzi, solange du mich leben lässt, skip ich. Mein Vote länger leben lassen, bitte. Tschüssi, Leute. Viel Spaß noch. Tschaui. Tschüss. Tschaui. Tschau. Tschüss. Einfach aus Versehen schon tauweg geballert. Ich brauch kein Problem mit. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich mein Mate. Jetzt bin ich mir relativ sicher. Ich jetzt durchhiete. Ah. Hab ich Angst. Da hab ich zu viel Angst gerade. Nein. Ich hab ein Leichen gefunden. Aber warum? Hä? Ich hab nur eine gefunden. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Aber ja, genau. Christo und Franzi waren Lover, by the way. Wer war Lover? Christo und Franzi. Die sind gleichzeitig umgefallen. Aber Christo wurde gegessen. Okay. Christo wurde gegessen? Ja, der wurde aufgefuttert. Die sind gleichzeitig auf der Lifeline umgefallen. Juli, hast du... Aber der wurde gerade nicht angezeigt. Hast du gesehen, was mit Sakuri passiert ist? Weil ihr seid beide gerade, als ich in den Cockpit reingelaufen bin, seid ihr zwei raus. Und Sakuri ist tot. Nee. Ja, Juli. Ich möchte das von dir mal erklärt haben. Alle Rage quitten hier und gucken sich das Finale nicht an. Ähm, no. Also, Sakuri hab ich gar nicht mitbekommen. Das ist ja ohne Publikum. Aber hä? Du bist doch gerade aus Security und wolltest nach links laufen. Dann kam ich dir entgegen. Du bist umgedreht. Und wir haben zusammen dann die Leiche, Franzi, reportet. Ja, ich hab die Leiche gesehen und dann bin ich nach links gegangen, weil ich dachte, oh, vielleicht ist da irgendwo der Mörder. Und dann kamst du und dann dachte ich, okay, jetzt reporte ich lieber, sonst denkst du, ich war's. Aber du hast ja nicht reportet. Ja. Er hat dann, er war schneller. Aber deswegen bin ich so einmal nach links und dann wieder zurückgeladen. Achso, achso, okay. Also, ich bin zum Atmen-Table und ich hab gesehen, wie ihr beide aus, äh, aus dem Cockpit raus seid. Und dann waren zwei Punkte in Armory. Und dann wurde, äh, da wurde nicht mal... Ich war der eine Punkt ganz seit in Armory. Da wurde nicht mal reportet. Hellblau im Vent ist auch, äh, Jekyll, oder? Wenn's hellblau ist. Blau ist immer Engineer. Blau ist immer... Hellblau, hellblau. Es gibt kein hellblau, oder? Das ist was Akuri. Also, wenn's gemeint, es gibt nur eine Zwischen hell- und dunkelblau. Hellblau bist du selber Engineer. Kannst du den Vent sehen, sodass du da reinschauen kannst. Ja, oder Bait, ne? Ach, wenn ich selber wenden kann, ist der hellblau. Ja, genau. Außer du bist Bait. Dann ist der was, der ist ja auch hellblau, oder was? Ja, das lass ich jetzt mal auf. Stimmt, der Bait sieht ja auch, wenn jemand im Vent neben mir ist. Also, man sieht den Vent als Bait. Ist die Leiche jetzt die erste, die schnabuliert wurde? Nein, müsste schon die dritte oder so sein. Zweite, dritte. What? Wer denn noch? Uh. Ich glaube, die zweite Schantau ist gegessen worden. Oh, oh. Ähm, danke für die Einladung, ich bin raus, Leute. Tschüss. Tschüss, ich sehe Kuri. Ciao. Kamel, blammo. Kamel, blammo. Wo sind denn die Leute hier? Find schon wieder niemanden. Hallo, wo seid ihr? Julli ist schon länger drin. Richtig, ja. Okay. Die Geschichte würde ich gerne hören. Ja. Hallo? Hallo. Okay. Dann erzähl ich, was passiert ist. Ich war gerade... Ja, was? Ich war gerade mit Franzi an Cameras. Und nichts ist passiert. Okay. Richtig, Franzi? Nee, ich war nämlich im Cockpit und da habe ich jemanden wenden sehen, aber da war leider Camouflage und ich habe nicht gesehen, wer das war. Und ich bin auch voll lange da noch rumgelaufen, aber die Person kam leider nicht mehr aus dem Wendt raus. Und wer war's? Ja, das weiß ich leider nicht. Ja. Ich würde fast schon Terse rausnehmen, weil Terse war eine ganze Weile bei mir. Das ist... Oh, au. Oh, nee, jetzt geht das wieder los, ne? Das ist halt nicht so gut, ne? Ah. Ah. Franzi, bist du einer von den Impostern? Nein. Also bist du Jackal? Ja. Nein. Ja, ja. Ja, scheiße, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier verliere die Runde. Was könnte ich denn sein, Bart? Wenn ich jemanden wenden sehe, zum Wendt hingehe und darum rumtanze. Ja, weiß ich nicht. Bait eigentlich. Aber die Sache ist, ich habe dich halt getrackt ganz am Anfang und du bist halt immer irgendwie in der Nähe der Kills, weil du kannst auch die Kills tracken. Also wenn Vleske jetzt nicht mehr redet, werde ich dich voten, ne? Ach so, ja, nee, mach bitte nicht. Ich habe... Ich habe... Nicht Jeff weggemacht, er war nicht Camouflager. Ja, 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 ja. Lumi hat ihn weggemacht. Das stimmt. Okay, jetzt überlegt da, Lukat, wen er gästen soll. Nee, das habe ich eigentlich. Ich wollte gucken, ob wir über Dingens gewinnen, über ein Vote. Gut, aber ich glaube, das wird zu knapp, oder? Scheiße. Nein, ich habe mich so gerannt und ich wollte dich noch kämen lassen. Das haben sie so lange überlebt, nachdem sie mich einfach vor zehn Leuten umbringt. Das stimmt, das war echt frech. Ich habe gedacht, dass sie da auf mich zustimmen kann. Ich reporte und erzähle einfach, es war Bait oder so. Da kommt der Mörder davon. Ach, gibt mir das bei, ja. Ach, schade. Ich wollte gerade noch begeben, Fransi, das bin ich durchgekommen. Ich habe es aber auch gesagt, Fransi, ich hätte einfach reingestellt. Ich sage noch, ich muss Papus hin, damit Fransi Papu nicht tötet. Ach, schau. Komm wieder, Fransi, Fransi. Dann fallen dir einfach bei. Ey, vor allem ist das so cursed. Ich gehe mit Fransi hinter diese Waffen und dann kommt jemand dazu und ich denke, geil, hier geht keine Sau hin, vor allem nicht bei Camouflage. Ich kill die andere Person und auf einmal kommen es halt Leute. Es ist wirklich kürzend. Fransi war halt Jekyll und ich habe es leider geschildet am Anfang.